Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Medi-Man gleich hier aus Gilde Nummer oh mein Gott Gilde Nummer 1 ich glaube dieses Match kann ich wahrscheinlich schon jetzt wegschenken das Tablet reagiert mich die Schrift aus ja, das schenke ich weg kapitulieren das kann halt sein wir gewinnen es, wir gewinnen es ich dreh durch, wir gewinnen es wir gewinnen es ich dreh durch, obwohl mein Tablet jetzt gerade total am Arsch ist wir gewinnen es, ich dreh durch King Angel ist unser nächster Gegner oh mein Gott ich habe hier die Polara, glaube ich, auch total falsch jetzt ist mir egal so, meine Güte wir gewinnen es, so wie es aussieht oh mein Gott ja sehr geil Horse Camp wir gewinnen das Match hier gegen die Cartoon Killers ich dreh durch ich dreh durch wir gewinnen gegen die Cartoon Killers das wäre der absolute Oberhammer auch wenn jetzt hier wirklich mein Tablet gerade wieder voll abkackt komm jetzt ich muss jetzt, wenn er mal irgendwann wieder reagiert muss ich einfach jetzt hier auf Skippen gehen und das Ding werde ich wohl mit Sicherheit gewinnen dieses, das kann doch nicht sein ey, komm Skipp und dann dahin so schauen wir mal, was wir gegen die Cartoon Killers hier noch rausholen können ich musste jetzt hier Skippen, aber das werde ich auf jeden Fall noch rumreißen so, das wäre der Oberhammer eine absolute Sensation glatte 100 sogar Goals es ist doch mal vielleicht sollte ich das jetzt nur noch so machen keine Ahnung viel Zeit bleibt mir eh nicht mehr und 6 Matches 5 Minuten das wird extrem eng 39,676 das ist unfassbar eng dieses Match hier wird jetzt um jeden Punkt gekämpft hier wird um jeden Punkt gekämpft oh mein Gott und dann machen wir erstmal das hier Mail, Lila komm das kapituliere ich weg weil das werde ich nicht gewinnen können dann lieber auf ein anderes Match gehen als das jetzt hier das bringt mir so nix gerade der Start ist nicht gut die Karte war nicht gut gewesen der Start war nicht gut gewesen so 4 Minuten 48 noch Dr. Killinger und ich komme schon wieder mit dem scheiß Horse Camp das kann halt sein ich meine da gibt es ein paar gute Kombos mit aber ja gut dann kommen wir mal die Horse Rider Tina jetzt push ich noch von der Seite und spätestens dann wenn ich den Alter das wird doch wieder problematisch werden jetzt hier Bürgerkriege das kann ich nicht mal weg schenken jetzt gerade weil das könnte ich unter Umständen gegen Dr. Killinger noch gewinnen das läuft gerade für mich nicht gut muss ich sagen es läuft gerade echt nicht gut aber wir gewinnen und das ist das entscheidendste noch 4 Matches 3 Minuten 28 Chilling Touch ja Lila was soll ich jetzt machen machen wir mal die Cuts und dann jetzt einfach wegskippen hopp oder top wegskippen und hoffen dass es dann jetzt reicht auch noch verloren oder was Alter das kann doch nicht sein also manchmal ist die Automatik wirklich für die Füße zwei Minuten nur noch komm noch drei Matches skippen und hoffen dass noch der ein oder andere Punktball rauskommt zack ja das haben wir nochmal 2 90 Punkte geholt wichtige Punkte noch zwei Matches nochmal skip und nochmal skip und dann sind wir soweit durch holy shame hopp oder top schlimme Tina normalerweise setzen das kann doch nicht sein dass der mit der schlimmen Tina noch verlieren würde wenn das Tablet nicht hinhaut das ist unfassbar aber egal wir haben es 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 gewonnen wir haben es gewonnen wir haben es gewonnen so hammergeil so hammergeil hammer 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 geil wir haben es gewonnen oh mein Gott enger könnte es nicht sein wir haben es gewonnen so 23 Sekunden noch so 23 Sekunden noch oh mein Gott der parte 63 exame 950 brauni nerf 947 mimo 936 kings 926 j style 910 homer j 906 krankus 903 tularis 803 903 the king 889 denis nutty nate amir palang robert anska ulrike ah strommi lordado burgerboy apokalyptica thomas cookie edgar santos michael ollie z spider sonja top das jojo manuel k gamer guy franken sie eat fresh food terence gekomoria henni und ich da ganz unten wahnsinnsleistung jetzt lassen wir das ding hier nochmal ausklingen oh mein Gott wir haben das ding gegen die cartoon killers gewonnen es ist einfach unfassbar ich dreh gerade innerlich völlig durch total am rad mega geil ich liebe mein team ja man i love you i love you all oh mein gott ist das geil also wenn es euch qualert dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was die kommentare aboniert den kanal und scheiß diesmal wenn es wieder ist die menschen so oder mit mir mein geisch auf heim macht's gut bis dann und tschüss